Susanne und Matthias Und von mir Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Miriam im Januar Marco im Februar Jessica im März Miriam im Januar Marco im Februar Jessica im März Wann hast du Geburtstag? Im April oder im Juni Wann hast du Geburtstag? Im Mai oder im Juli Im August, September Oktober, November Und von mir hat Geburtstag Im Dezember Und von mir hat Geburtstag Im Dezember Wann hast du Geburtstag? 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 Wann hast du Geburtstag Wann hast du Geburtstag